Das nächste Thema beschäftigt uns mit dem Training bei der Fußballschule Sockel Kids. Nicht nur das Training allgemein, ihr wisst ja selber, jemand der was tut und jemand der was macht, erreicht was. Und wir haben nach den drei Säulen T, T, T das Ganze mal analysiert. Warum sind manche Spieler besser als andere? Und zwar das Thema 1 ist für mich Training. Das Punkt 1 ist Training. Natürlich, so wie beim Gitarrenspielen kann ich nur sagen, der mehr spielt, wird auch besser spielen können. Das Punkt 2 im Grünen ist Training. Punkt 2 und 1 identisch. Wenn ich dreimal die Woche mit dem Ball technische Übungen mache, dann kann es natürlich die einzige Folge sein, dass ich besser werde. Und somit wird auch dementsprechend meine fußballerische Fähigkeit, meine individuelle Fähigkeit gesteigert. Das dient nicht nur mir, das dient meinem Selbstbewusstsein und das dient meiner Mannschaft. Punkt 3. Komischerweise haben wir auch wieder das Training. Also es ist kein Hexenwerk. Es ist aber die Art und Weise des Trainings. Wir haben hier in einem Fußballcenter in Konwestheim, in unserem eigenen Fußballcenter in Konwestheim, die Möglichkeit in einem Käfig, in einem Soccercourt zu trainieren, bei dem wir den Kindern 1500 bis 2000 Kontakte verschaffen. Das kann kein Trainer in einem Verein gewährleisten. Wir garantieren dir hier 1500 Mal Kontakte mit dem Ball. Das bedeutet, wenn ein normales Kind in einem Verein ca. 150, 150 Kontakte hat, das ist das Zehnfache. Zehnmal mehr und du wirst zehnmal besser, zehnmal schneller deine Fähigkeiten gelangen bei uns in unserem Fußballtraining. Also es ist eigentlich gar kein Geheimnis, nur das kleine Geheimnis, dass wir uns diese Fähigkeiten hier in diesen 90 Minuten alleine. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.